Ich glaube nicht mehr. Jetzt sind wir jetzt hier relativ geschützt, ne? Relativ. Das noch? Okay, das noch? Ah, da geht's. So, nein. Na, diese Kohle. Ne Menge von Kohle haben wir gefunden. Das macht doch so Spaß, wenn man was findet. Ich komme mir wie so eine Minenarbeiter vor. Niemals als Tageslicht sehen, beziehungsweise stundenlang nicht. Ich bräuchte jetzt irgend so eine Kerze. Ich meine, die haben ja eigentlich im Bergbau so eine Öllampe. Und wenn sich da dieses Gas ansammelt, was nur explodieren kann, ist das jetzt Kohlemonoxid? Oder weiß ich jetzt nicht. Und wenn dann die Kerze ausgeht, dann wissen die ja eigentlich, dass sie aus der Mine raus müssen. Das wäre ja nice, wenn das hier auch so wäre. Okay, jetzt müsste ich hier einen Weg runter finden. Ach, noch mehr Kohle. Oh, Level 25. Glückwunsch, 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 Glückwunsch. Haben wir es mal wieder geschaffen. Ein bisschen zu erwähnen. So. Jetzt müssen wir dabei dringend... Hier noch eine kleine Sicherheitssorgen. Oh Gott, ich dachte, das ist zwar jetzt ein Creepy. Wasser ausmachen oder anlassen? Ich mach's mal lieber aus. Ist ja noch genug Wasser da. So. Ah ja. Ich bin natürlich ungeduldig gewesen und konnte es jetzt nicht abwarten und runter bekommen. Oh oh. Ich hoffe, das war so eine gute Idee, hier oben runter zu gehen. Ich bezweifle, dass das wirklich eine gute Idee war. Ich bezweifle, dass das jetzt noch mehr. Ach ne Blume. Ich dachte, das wäre jetzt schon ein Creeper wieder. Ach man. Oh Gott. Blumen. Keine Fackel mehr. Essig. Aber wir können uns ja schon glücksneu... neue... fucking craften. Hab ja genug Material dabei. So, weiter. Ich hoffe, das hört ihr mal gleich auf. Ja, Venedig. So, weiter geht's. War da nicht noch ein Durchgang? Ähm. Ja. Die machen aber dicht. So. Au. Oh. Die Spitzhacken gehen lang. Aber nur sehr lange. Wir haben noch zwei, drei Stück. Also drei Stück mit der hier jetzt. So. Und ab. Und ab. Und ab. Und ab. Entfernt... Aber es lohnt sich glaube ich. Diese Höhenran hier. Auch wenn er mit ganz schlimmen Gefahren jetzt verbunden war. Und ist immer noch. Aber wirklich ne Menge Kohle und Eisen eigentlich. Ich glaube früher war es nicht so, dass man so viel Kohle und Eisen fand. Da war das echt noch Rohmaterial und ein seltenes Rohmaterial. Obwohl mir soll es recht sein. Mir soll es recht sein. Ach das ja noch Eisen. Ne, ne, das nehmen wir natürlich noch mit, ne? Ach, hier ist ein Zombie. Hier irgendwie. Ach nochmal Kohle. Nehmen wir nochmal mit, ne? Würde ich sagen. So. So. Das war an dem schon mal ne Befürchtung. So, Redstone. Und. Oder einfach nur roter Stein. Hier ist es noch recht dunkel, ne? So. So. Oh, Level 26. Glückwunsch, Glückwunsch. So. 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 Fackel anbringen. Das da noch. Und weiter geht's. So. Ach, fuck. Du, das sieht so aus, als ob das mit der Hülle eigentlich schon wäre. Warte mal, der war noch, wohin? Vielleicht geht's ja da noch lang. Ach man, hab immer noch ein bisschen Eisen gefunden. Und noch ein wenig Kohle. So, Kohle, Kohle, Kohle. Ja gut, wenn wir jetzt erstmal das Ende der Höhle zu erreichen haben, werde ich jetzt auch erstmal ne Aufnahmepause machen. Anderthalb Stunden. Ach, es geht. Ja Leute, ich hoffe es hat euch so erstmal gefallen. Müsste mal was kurz gucken. Na gut, das ist gut. Ich hoffe es hat euch auch gefallen, so wie es mir gefallen hat mit der Höhle nur ran eben. Und ich sag dann erstmal, bis zum nächsten Mal. Also, let's play Minecraft. Und verabschiede mich damit herzlich. Und ja, sag goodbye. Bye.